Minuten vor dem Start der letzten Bundeswehrflugzeuge hat heute am Flughafen in Kabul ein ekelhafter Anschlag stattgefunden und zahlreiche Tote und Verletzte gefordert. Kurz danach gab es noch einen weiteren Anschlag. Die Bilder und Videos, die uns aus Kabul erreichen, sind grauenhaft und sie gehen jedem bis ins Mark. Unsere Gedanken sind bei all denen, die Angehörige verloren haben oder jetzt noch um sie bangen. Wir haben zurzeit keine Information über deutsche Opfer. Dieser Anschlag zeigt, unter welchen dramatischen und gefährlichen Bedingungen unsere Bundeswehrsoldaten und das Kernteam unserer Botschaft in den vergangenen elf Tagen gearbeitet und was sie Unglaubliches geleistet haben. Wir sind Ihnen dafür zutiefst dankbar. All das war nur möglich dank engster Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Wir haben hunderte Menschen aus 43 Nationen ausgeflogen. Und gleichzeitig haben wir selbst unsere Staatsangehörigen auf Evakuierungsflügen unserer Partner in Sicherheit bringen können. Die militärische Evakuierung ist nun beendet. Aber unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen. Und zwar von Beginn an gewusst, dass das Fenster für die Luftbrücke nur für eine begrenzte Zeit offen stehen wird. Und daher haben wir parallel zu den Evakuierungen schon für die Zeit danach geplant. Mit den in Afghanistan verbliebenen deutschen Staatsangehörigen stehen wir weiter in direktem Kontakt. Wir werden Sie fortlaufend informieren, wie es uns möglich ist, Sie mit einer organisierten Ausreise zu unterstützen. Wir werden Sie fortlaufend informieren, wie es uns möglich ist, Sie mit einer organisierten Ausreise zu unterstützen. Wir werden Sie für dieygusal vier sentences bemerkelijk. Wir sind inkямilla, weil Sie die